So, weiter geht's. Oh Mann, ich will dich haben. Lina ist die beste Blitzballspielerin ever. Nein, sie ist einfach nur sehr gut. Ich hätte eigentlich hier auch sprechen können. Ein paar Kraftsfeoriden, weil ich erstmal die Pfeffsfeoriden nutze. Ähm. Ich kann aber überlegen. Wenn ich jetzt mit Walker ein bisschen zurückgehe. Dann würde Yuna ein bisschen früher den... Angersheorien kriegen. Hm. Ja, haltet's für Däume oder was? Ich find's gut. Ich hätte den sonst vielleicht sogar noch ein Level weiter hier. Sollte erstmal reichen. Warte mal. Ex-Foy ist hier? Nein. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Du bist richtig. Er hat jemanden, der er kennt. Du denkst, dass er eine Weg nach Zanarkand finden wird? In any case, ich freue mich auf ihn mit. Er ist noch in der Stadt, nicht? Ich denke, ich will ihn sehen. Oh. Woah. Sir Oren! Yuna. Sir. Ich wünsche mir sein. Ich wünsche mir sein. Du akzeptierst? Du akzeptierst? Du akzeptierst? Nein, nein. Wir akzeptieren, nicht alle? Natürlich. Kein Problem. Aber warum? Ich wünsche mir Braska. Ich wünsche mir Braska. Du wünsche mir mein Vater? Danke, Sir Oren. Sie sind willkommen zu uns. Und... er kommt auch. Sie sind willkommen zu uns. Hi, Leute. Wie? Diesen, ich versuche, Jecht. Ist Sir Jecht alive? Ich kann nicht sagen. Ich habe ihn nicht gesehen in zehn Jahren. Ich sehe. Du wirst ihn irgendwann treffen. Ja. Ich freue mich auf ihn. Was ist unsere Itinerary? Wo sind wir hin? Hey! Komm mit mir! Oh nein. Hey, warte! Ah! Hey. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Wanna scream? Mm-hmm. I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah. I understand. I think. Right. Now, let's see what you can do. Huh? Come on. Uh-uh. This is weird. Next, try laughing out loud. What? Come on, show me. Pixel-Schatten. You probably shouldn't laugh anymore. Wir sind nicht so. Das war deine Idee! Es war deine Idee! Danke! Ich will meine Reise ... ... zu füllen Lachen. Okay. Wenn wir uns geteilt, ... nur ein Wiesel. Ich komme zu gehen. Ich versuche. Na gut, gehen wir. Was hast du gesehen? Wir waren gerade überrascht, dass ihr euch vielleicht geholfen habt. Entschuldigung. Dann geht es gut. Jetzt gehen wir zum Tempel bei Jose. Und die Unternehmer, nicht vergessen. Hier fängt das Spiel mehr oder weniger erst richtig an, finde ich. Aber auch noch nicht so ganz. Ich kann jetzt hier rein, Spira, Liga, Telesports, Feroid, wenn ich den ersten Platz mache. Hm. Hm. Eigentlich geil. Teleports, Feroid, wenn ich den früh bekomme, ist der jetzt nicht schlecht. Nein. Das ist gut. Peter Ports, Theoret finde ich super. Aber wir müssen erstmal ein bisschen backtracken. Und wichtige Sachen. Habe ich überhaupt genug Geld? Also, was ist genug? Ich brauche noch einfach mehr. Ich würde behaupten, die ist super. Erstmal einspielen. Ich mache das, glaube ich, so. Ich hole mir jetzt erstmal alle Spieler, die ich haben möchte. Ich werde mir dann meine Ekstase irgendwann später holen. Ich weiß noch nicht genau, wann. Bitte. Aber auf jeden Fall wahrscheinlich, nachdem ich Ohaka die 10.000 Eingelbe bezahlt habe. Warte mal. Zap. Den, die Charmi. Zwei, die sind nämlich dann für Stürmer. Lina später. Ähm. Ja. Ich glaube, das waren erstmal alle. Ja. Ja. Weber. das die beiden habe ich denn schon mal im blitzballstadium mal gucken weil vielleicht doch erst hier nachdem ich die 10.000 links hat weil jetzt beispielsweise sind es gerade billig Das ist eine Statue von Lord Miehen. Seit acht Jahren hat er eine Legende, die heute als die Kruseidern gefunden hat. Nach ein paar kurzen Jahren, nach ihrer Verkaufung, ihre Räume aufzunehmen. Die Meisteri von Yevon haben Angst und sie von der Rebellion gegründet. So Lord Miehen walked along this very road to go face their charges and refused them. He succeeded in winning the Meisters trust and his legion became an arm of the Yevon clergy. It was then that Yevon gave them the name Crusaders, which they have kept ever since and the rest is history. Ja, also der Miehen-Typ wurde hier anscheinend... ...the best! Ich hätte das gemacht. Ich hätte das gemacht. Oh, reizendvoll. Schöne Do you know what those ruins are from? Some old city correct city most ancient a Terrible Testament to sin's power. I tremble every time I see them compared to sin humans are mere mud puppies Aber ich glaube, dass Menschen nur diejenigen, die zu retten, die Sinnen zu retten. Eine gute Antwort. Ich bin froh, dass du das gesagt hast, Mlady Souverne. Oh? Wo sind meine Manners? Ich bin Matron, ein Scholar, in deinem Service, Mlady. Ich bin auf eine Reise, studierend die Geschichte unserer Welt, Spira, zu suchen ihre Geschichte und Geheimnisse. Meine Reise haben mich zu viele Ort gebracht. Und ich bin mit dem, was ich gesehen habe. Fragile Schmiele auf den Menschen, schweigende, nach dem Wissen der Sinnen. Sie sind auf dich, Mlady. Gib ihnen eine Reise, um wieder einmal zu erinnern. Ich werde. so how shall we do this hmm I don't know I don't know go go Und ein toter Bomber. Im Prinzip sehr toll, Auren. Auren ist im Prinzip ja ein fetter Tank, der sehr viel Leben kriegt und schon hat. Man könnte ihn runterziehen zum Walker oder einfach hier nach links. Zu Sachen, die er wirklich braucht. Na, die brechen, bla bla bla. Na ja. Frau Summoner, ich versuche... Ja, ich bin Yuna. Ich bin Lucille, Captain of the Jose Chocobo Knights. Und ich bin Alma. Wir wurden verabschiedet, um die High Road zu retten. Es gibt reports von einem großen Fienden in diesem Bereich, mit dem Geschmacken für Chocobos. Geh mal, Summoner, Yuna, wenn du irgendwelche Chocobos wirst. Danke. Wir werden vorsichtig sein. Gut. Wir müssen zurück nach unseren Rounds zurückkommen. Auf Wiedersehen. Unsere Bedeutungen sind mit dir. Ein großer Fiend? Wir müssen ihn holen. Wir müssen ihn holen. Warum? Es ist das Richtige. 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 Was habe ich jetzt gesagt? Jekt hat das auch viel gesagt. Ich merke gerade, dass ich im Luca vergessen habe, dass ich, äh... Wer ist der? Äh, die Marke für Walkers, äh... Solaris verbetriebe. Äh... Äh... Das ist für Kimari. Ich weiß noch nicht genau, was jetzt mehr Schaden machen würde. Aber... Ob der normale Angriff schon stärker ist als die Magie? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich würde gar nicht mehr tun haben, sondern ein Böbel. Es lohnt sich kaum bei einem Bomber. Es gibt keine Farben oder so. Juna, du hast ja ein ziemlich guter Heiler. Dein Level. Und dann fangen wir mal hier mit an. Du bist eine High Summoner. Ich habe viel von dir gehört. Aber du bist noch frisch auf der Straße, nicht? Ja, ich bin. Ich habe vielleicht ein paar Dinge, um dir zu erzählen. Lass uns sehen, welche stärker sind. Meine Aeons oder deine? Ein 1-on-1-Match. Nicht bis zum Tod, natürlich. Was sagst du? Was sagst du? Keiner. Dafür habe ich nämlich mein Ex-Taz gerade vorbereitet. Gut. Deine Aeons wurden heilt. Du kannst mit deiner vollen Kraft. Komm. 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 mit deiner viel Platz. Eifred ist... Ich weiß nicht genau, ob ich das schaffe oder nicht. Aber muss mal sehen. Ein wichtiges Problem ist zu sehen. Er ist halt Feuer. Ja, und dann gucken wir mal, wie gut Eis es ist, 235, das ist relativ viel. Ja, ja. Wir benutzen halt jetzt Meteor in der Regel. Ja, der normale Ansatz könnte immer ein bisschen besser werden. Und das ziehen wir jetzt so lange durch, bis der Warfahres im Prinzip keine HP mehr hat und danach ziehe ich Ekstasen und dann habe ich entweder Glück und er stirbt oder ich habe Pech und er überliegt. Das war ein Crit, das ist sehr gut. Hat ein bisschen was damit zu tun, wie viele Crits man trägt und wie wir öfter ausweichen. Ich kann jetzt noch einmal auf Sandstück drüber gehen, aber ich werde... Das lohnt eigentlich gar nicht. Ich kriege ja keinen zweiten Hit raus. Aber hat geklappt. Gerade so. Die Macht. Das ist genug. Die Macht. 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 Oh, das ist mir. Oops. Und so einfach geht das. Einmal alle auswechseln und abkühlen. Und angehen wir wieder ab. Passiert gleich noch irgendwas? Ich weiß gar nicht genau. Juno kriegt noch mehr Leben. Aber das wollte ich gar nicht lernen. Obwohl. Wird nicht schade. Das ist schon was hier geht. Nein. Mit Ex-Fold wird alles besser. Ein bisschen mehr Abwehr für Lulu. Fast schon unnötig, weil sie sowieso immer alles ausweicht. Und jetzt was ich mit am meisten möchte für Teiles. Ein bisschen mehr MP. Ich war mal überlegen, ob ich nicht hier runtergehen soll, zu benutzenen Clown. Aber das ist im Prinzip nur total weit weg. Und der würde halt so lange nichts am Set bekommen. Nicht sehr ertragen. Und wir gehen hier wieder runter. Erstmal eine Kiste holen. Weicht aus. Ich glaube, Waka macht mehr Schade als Teiles, oder? Und dann lasst mich mal. Ja, ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, Treffer von Oran, ey. Das ist so... Drei. Wenn Juno da auch nicht will. Aber ganz ehrlich. Dreier Treffer, ey. So wenig. Ex-Plitz ist später sehr gut. Ja, ich müsste nicht jedes Mal hier reingehen. Eigentlich erstmal so. Aber wenn ich schon mal gucken bin, kann ich das auch schnell machen. Meine Lady Summoner. Du bist eine Summoner? Ja. Mein Name ist Yuna. Ich bin Callie. Schön, dich zu treffen, Callie. Lady Yuna, hast du uns den Telefon gebracht? Ja. Sehr schnell. Ich bin der Kaffee. Wir sind noch einiger Kaffee, meine Lady Summoner. Ich werde mein Bestes. Und guter Glück mit deinen Geistern, auch. sehr gut. Hm, wass the calm? The calm is a time of peace. It comes after a summoner defeats sin and lasts until sin reappears. Uh, huh? Sin dies and is reborn. I get it. I thought it was weird. Yuna's dad defeated Sin ten years ago, right? But Sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait, if it just comes back... Don't say it isn't worth it. Because it is... Even for a little while. People can sleep in their beds without being afraid. That kind of time is worth anything. Don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna, I remember them well. Yeah. Ich mach mal wieder kurzer Aufnahmestopp. Dann bis gleich. Let's wish to do when you go. You didn't fully develop on this week. Aw sh we? You ours, you didn't fully remember. You're earlier. These words were decided I must have this no way. If you come back in a很好. () The person is considered JEREMY.